Wir haben die beiden Berichte, also den Bericht, den Frau Kollegin Bressot und ich vorbereitet haben und den Bericht für Hofstadt, der in gewisser Weise geteilt ist. Wie immer, der für Hofstadt denkt sehr viel prinzipieller und weiter voraus, als ich dazu in der Lage bin. Deswegen ist das der Bericht, der im Einbeziehenden Notwendigkeiten des Vertragsänderungen. Da die Vertragsänderungen aber nicht noch schon nächste Woche kommen werden und implementiert werden. Denn das ist ja ein längerer Prozess mit Constitutional Convention, mit Regierungskonferenz-Ratifikationsprozess. Sagen Bressot und ich, wir müssen Möglichkeiten haben, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, auch von der heutigen Europäischen Union mit den Möglichkeiten des Vertrags von Lissabon möglichst beantwortet werden können. Also das ist der Bericht für die unmittelbare Zukunft, wenn ich das so beschreiben darf. Wir haben bei der Untersuchung dieses Berichts festgestellt, dass der Vertrag von Lissabon noch unglaublich viele Möglichkeiten hat. Wenn denn der Wille da ist, diese Möglichkeiten auszuschöpfen. Und da ist ein Punkt auch dabei, wo es um die Transparenz und Zuständigkeiten geht. Wir sind der Auffassung, dass etwa im Verhältnis von nationalen Parlamenten und europäischem Parlament die nationalen Parlamente gestärkt werden sollen, aber ihre Rolle als Kontrolleur ihrer nationalen Regierung und dass wir nicht eine Vermischung der Zuständigkeitsebenen haben wollen. Aber dass wir vor allen Dingen ein Problem haben, das mit Unzufriedenheit der Bürger zu tun hat, ist, dass wir ja de facto ein Zweikammersystem haben in der Europäischen Union, nämlich das Europäische Parlament und der Ministerrat. Denn in fast allen Gesetzgebungsfällen ist es entscheidend, dass Parlament und der Ministerrat die Entscheidung treffen. Nicht einer allein kann es. Aber in unserer nationalen Regierung tun ja oftmals so, als seien sie nicht dabei gewesen, wenn in Brüssel etwas entschieden wird, was dann nicht populär ist. Und deswegen fordern wir, dass durch eine einfache Statutenänderung, Geschäftsordnungsveränderung des Rates, da braucht man keine Vertragsänderung dazu ist, dass der Rat, wenn er als Gesetzgeber seine Schlussentscheidung trifft, in Öffentlichkeit zu tagen hat und die Mitgliedsregierungen ihre Gründe für ihre Entscheidung der Öffentlichkeit in einer Debatte mitteilen müssen. Ich glaube, das wird allen von uns helfen, den Bürgern, aber auch Ihnen. Denn wir haben immer ein Problem für die Glaubwürdigkeit mit den Bürgern, wenn der Bürger nicht weiß, wer ist für was, wann verantwortlich. Diese Transparenzfrage, die Beantwortung dieser drei Ws im Deutschen, ist entscheidend für die Akzeptanz im politischen Prozess. Auf jeder Ebene. Und das wollen wir dabei erreichen, denn wir haben ja zurzeit die Aufteilung. Wenn es regnet, war es Postel, wenn die Sonne scheint, war es Rom, Paris und Berlin. Und daraus wollen wir die nationalen Regierung nicht mehr entlassen. Wir müssen weiterhin sehen, ein Punkt hat Guy Verhofstadt schon erwähnt, im Bereich der Migration. Wir können mit dem heutigen Vertrag von Lissabon eine Border- und Coast Guard einführen. Man tut es jetzt, seit einem halben Jahr. Das Europäische Parlament hat es schon vorgeschlagen vor 15 Jahren. Ich war damals für meine Fraktion der Antragstelle. Es ist damals abgelehnt worden von den Innenministern, rein von nationalen Regierungen, dass das Kompetenzwahn Europas sei. Dieselben Leute sagen heute, hätten wir es doch 2015 schon gehabt. Vor 14 Jahren hat der Kommissar Frattini, später italienische Außenminister, vorgeschlagen, die Westbalkan-Länder als Kandidatenländer zu sicheren Herkunftsländern zu erklären. Das wäre in der Migrationsdebatte in vielen Ländern der Fall gewesen, wenn dort nicht Länder von vielen Menschen vom Westbalkan dabei waren. 2015 waren das teilweise bis 40 Prozent, die Kosovaren, Albaner und so weiter. Wir wären in einer völlig anderen Situation und eher in der Lage, die Probleme zu lösen, mit Akzeptanz der Bürger und mit weniger Nutzen für die Populisten. Das ist also nicht ein Fehler Europas, sondern eine Verweigerung der notwendigen Instrumente für eine europäische Kompetenz an die Europäische Union, damit sie das wahrnimmt. Und dasselbe ist mit der Terrorfrage. Es gibt Europol, das zuständig ist für die Koordination des Kampfes gegen organisierte Kriminalität und Terrorismus. Aber die allermeisten Mitgliedsländer stellen ihre Erkenntnisse dort nicht zur Verfügung, dass sie abgeglichen werden sollen. Das macht man mal mit dem einen oder anderen befreundeten Geheimdienst, wie man das hat Julius Cäsar macht. Aber damit ist dieser internationale Terrorismus nicht zu bekämpfen. Das ist alles sehr praktisch, mit heutiger Wirkung. Was man mit gutem Willen bewältigen könnte, ohne dass man Kompetenzveränderungen hin zu Europa macht, sondern in der Ausstattung der Instrumente für vorhandene Kompetenzen. Und das kann ich fortsetzen in einer Reihe von anderen Bereichen. In der Frage der Wirtschafts- und Währungsunion, der Fragen der Konsequenzen der Globalisierung im ökonomischen und im sozialen Bereich, in den Möglichkeiten, dass wir Ungleichgewicht innerhalb der Europäischen Union stärker ausgleichen können. Wenn ein Teil dieser fiskalischen Kapazität, die die dargestellt hat, kann man auch im kleinen Umfang schon unter dem heutigen Vertrag machen. Wenn man dieses wollte, ich sage das auch als Deutscher, obwohl mich das dann nicht populärer macht, wer hohen Handelsbilanzüberschuss hat, muss dafür Sorge tragen, dass er sozial erträglich wird für die Partner, damit er nicht selbst diese Überschüsse verliert. Weil dann andere nicht mehr mitspielen. Das heißt nicht, dass die starken Länder schlechter werden sollen, sondern wie machen wir die schwächeren Länder stärker? Und dazu kann man das nicht nur mit sagen, es müssen Regeln eingehalten werden. Da gehört ein bisschen anderes auch dazu. Die Regeln müssen eingehalten werden, aber dazu gehört auch ein bisschen anderes, dass man in solchen Philosophien das hat, damit dies zuträglich wird. Wir müssen auch deutlich machen, dass wir unsere Handelskompetenzen stärken müssen. Wenn Präsident Trump erklärt, er wolle jetzt mit europäischen Ländern einzeln verhandeln, weil das mehr Nutzen für die Vereinigten Staaten brächte bei diesen Verhandlungen, sollte das im Umkehrschluss heißen, genauso machen wir es nicht. Wir bleiben zusammen, weil wir zusammen auf Augenhöhe sind, weil es im Interesse jedes Einzelnen ist. Das heißt, wir müssen in dieser Durchsetzung solcher Politiken deutlich machen, dass die Europäische Union ist mehr als die Summe der Mitglieder. Sondern dadurch, dass man zusammen ist, ist es mehr als die bloße Summe. Und das wird deutlich in der Verteidigungspolitik, wo wir eine Vielzahl von Vorschlägen machen. Diese Verteidigungspolitik will ich Ihnen ein Beispiel nennen. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union geben gegenwärtig 200 Milliarden Euro für Verteidigung aus, für Militär aus. Das ist mehr als doppelt so viel wie Russland. Und wir haben mit 1,5 Millionen Soldaten mehr Soldaten als die Vereinigten Staaten. Mit einem kläglichen Ergebnis im Output. Weil jeder sein Kram alleine macht. Wir haben in den Armeen der Europäischen Union 38 verschiedene Typen von Transportpanzern. Nicht Panzern, Transportpanzern. Das ist einfach lächerlich. Wir haben Armeen in der Europäischen Union, da sind die Overheadkosten 80%. Wenn wir da die 2% BIP für die Finanzierung von der Armee hinzunehmen in diesen Ländern, reicht es für ein zugängliches Orchester fürs bessere Marschieren. Aber es hat keinen wirklichen Impact. Wenn wir hier die Synergieeffekte schaffen, die jetzt angesetzt werden und im Europäischen Rat und im Außenministerrat beschlossen werden, für Research, für Entwicklung, für Procurement, kann man unglaubliches Geld sparen. Das heißt, mit diesem Geld von 200 Milliarden einen riesigen Effekt von höherer Leistungsfähigkeit haben, die auch alle Mitgliedsländer der Europäischen Union in denselben Status der Sicherheit versetzt. Denn die Europäische Union wird dann auch in der Zukunft haben, wenn jedes Mitglied das Gefühl hat, auch die Polen und die Rumänen und die Balten und andere, dass es die gleiche Qualität von Sicherheit hat als andere. Sonst funktioniert das auf Dauer nicht. Dies können wir nur gemeinsam mit den Synergieeffekten erreichen, damit auch NATO stärken, wenn wir es gemeinsam machen und nicht jeder seinen Krempel für sich bisher. Ich übertreibe ein bisschen, aber ich glaube, der Grundgedanke wird dabei klar. Und wir müssen auch in diesem Konzept klar machen, Ich sage das heute schon einmal mit dem Verhältnis von nationalen Parlamenten und europäischem Parlament. Und das ist auch die Deutlichmachung, wir schreiben darüber, gegenüber den Populisten, die ja nicht nur rechts sind. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik sind sie manchmal sehr links, um Konsequenzen von Globalisierung auf ihre Mühlen zu lenken. Das wird deutlich machen, dass wir keinen europäischen Zentralstaat wollen. Das hat das Parlament in dem Beschluss sehr deutlich. Wir wollen keinen Zentralismus. Wir wollen gar keinen Staat in der heutigen Entwicklungsphase. Und wir wollen das europäisch besser regeln, wo Europa den Mehrwert bringt. Und dass wir hier einen Staatsaufbau und einen Aufbau haben, der früher für mich in meinem Land ein föderales Land ist, Region und Nationalstaat hat, heute Region, Nationalstaat und Europa bedeutet. Es müssen klar machen, dass Europa nicht an die Stelle des Nationalstaates tritt. Und es muss uns besonders interessieren, dass die Region eine große Rolle spielt. Ich komme aus der Tradition eines föderalen Staates, deswegen fällt mir das leichter zu sagen. Aber wirklich krisenfest und Handlungsfähigkeit ist eine solche Größenordnung, wenn wir eine solche Aufgabenteilung betreiben. Das ist nicht nur eine Frage der Geschichte und Tradition, sondern ist auch eine Frage der Effizienz, wenn dieses richtigerweise ineinander gekoppelt funktioniert. Und da bin ich der Auffassung, dass der Ausschuss der Regionen sehr viel stärker auch Einfluss haben sollte auf die beiden Gesetzgeber, Parlament und Rat. Und wir dort überlegen müssen, wie wir dieses besser organisieren können, damit auch Ihre Vorstellung in die Kenntnisse unserer Gesetzgebungsarbeit mit hineingehen hat. Und wir sagen uns, dass die Verstehung der Verstehung ist, wenn es das nicht möglich ist. Und wir sagen uns, dass die Vorstellung in die Geräte, die Sie die Verstehung der Verstehung der Verstehung ist. Und wir sagen uns, dass die Verstehung der Verstehung der Verstehung ist. Vielen Dank.